ist denn der johann angeschnallt nein ach der muss noch gar nicht angeschnallt sein warum weil er eine puppe ist cool du bist echt schlau wie eine frau na gut dann gucken wir noch den fröhlichen kaffee getränke essen obst ist alles da drin ja johann fährst du sozusagen ein bisschen mit also meine andere musik Glonu? Jo. Eine andere Musik wollte ich haben. Jo. Ich küsse ihren Mann. Nur für fünf Minuten. Nein, es ist nicht so, wie sie vielleicht vermuten. Ich küsse ihren Mann. Ich finde ihn so sympathisch. Fünf Minuten lang ist doch nicht dramatisch. Ich hab das gar nicht nötig. Männer liegen mir zu Füßen. Aber gerade heute, heute will ich küssen. Ich küsse ihren Mann. Sie müssen schön verzeihen. Nur für einen Tag sollen sie ihn mir leiden. Ich küsse ihren Mann. Er bleibt unversicht. Und bevor es dunkel wird, ist er zurückgekriegt. Das ist ja ein Regenwurm. Ach auch, wenn dir ein Würmchen ist, mein Name. Und er spricht. Du sprichst ja auch. Du kennst dich doch sicher gut mit Blättern aus. Dann kannst du uns bestimmt ein paar Fragen beantworten. Warum verlieren die Bäume im Herbst die Blätter? Tolle Frage. Will ich schon lange wissen. Na gut, also über die Blätter verdunstet ja auch Wasser. Der Baum verliert über die Blätter auch Wasser. Und wenn nun im Winter...